Ich bin der Olli Rudi und ich habe hier die Messe schon ein paar Mal, siebenzehn Mal organisiert. Und dieses Jahr ist es zum letzten Mal. Es ist ganz schön, dass alle miteinander vorbeikommen sind. Und dass wir zusammen einen schönen Tag haben. Der liebe Gott hat wieder geschaut, wie meistens. Ich finde es wunderbar. Danke vielmals. Aber es fährt wie immer einer voraus. Ich habe hier noch ein paar Pläne, etwas habe ich noch abgegeben. Und wie ihr das schon gehört habt mehrmals an einem Corso, sollte man immer auf den Händen schauen. Denn meist nehme ich jeden, der es durchgeht. Groben Modus fahren wir von hier her. Auf heute die Weile am See. Nachher noch vom Prächtiken. Und nachher in den sternenroten Stein gehen wir in den Aperon. Also, ich wünsche euch viel Vergnügen. Und den Corso, den könnt ihr weiterhin bei mir anmelden. Das mache ich weiter unter derselben E-Mail-Adresse. Danke. Oh.. Hallo. Auf geht's und klappt Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020